wenn es nicht so schön war auf der welt die sonne kommt gerade raus ein bisschen schnee ist gefallen montag ist eine neue woche die uns viel an freuden bringt viel an lehrmaterial viel an neuem wenn wir neues wünschen und viel an bekannten wenn wir bekanntes wünschen einfach ganz wichtig zu wissen alles was wir hier erleben ist uns grundsätzlich zur freude gegeben das heißt wenn es nicht in irgendeiner art und weise freude macht dann haben wir es nicht verstanden weil alles ist uns zur freude da ich glaube nicht dass die sonne zur freude ist und der regen zur trauer sondern es kommt darauf an ob wir barfuß gelernt haben im regen zu tanzen dann ist der regen nämlich aus freudvolles in diesem sinne wünsche ich uns eine gesegnete tolle geniale woche dabei